Samsung hat im Streit mit dem iPhone-Hersteller Apple einen weiterschweren Rückschlag an der Euro-Passe. Ein niederländisches Gericht hat der einstweil in der Verfügung Einfuhr und Verkauf aller Samsung-Smartphones der Galaxy-Serie verbunden. Zuvor hatte Apple bereits dafür gesorgt, dass ein Kultivler-PC von Samsung, wo es nicht weiter verkauft werden darf. FFH. Wer hier in Deutschland ein Smartphone von Samsung kaufen möchte, könnte heute die Röhren gucken, und dann über die Niederlande läuft die Einfuhr der Geräte in alle anderen Rücken. 6 Regionalstudios in Kassel. Full in Rheinland 7. Darmstadt. Die FFH Hessen Reporter mit den Nachrichten aus ihrer Region. Jetzt. Ich bin Marc Wilhelm. Guten Tag. In Beinheim im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Radfahrerin von einem LKW beim Abbiegen überrollt worden. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Dort wurden die LKW-Fahrer aus dem Kreis Bergstraße an dem Unfall beteiligt. Die Polizei hat vier Jugendliche geschnappt, die in Rüsselsheim in der Georg-Büchner-Schule rangaliert und unter anderem ein Notebook gestohlen haben sollen. Sie gaben bei der Polizei. In der Schule eingestellt zu sein und in der Küche. Und in den Unterreinigungsmitteln gestohlen zu sein. Jetzt. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020